Hallo Freunde, es ist unser letzter Tag hier in Los Angeles und das heißt wieder, wir machen ein kleines Gedankenvideo. Das letzte Gedankenvideo und das fühlt sich komisch an, aber es ist schön, den letzten Tag so entspannt zu haben. Wir machen heute nichts, wir sind heute so ein bisschen hier im Pool und relaxen noch ein bisschen, bevor es dann morgen zurückgeht. Und wir wollen nochmal ein bisschen über L.A. nachdenken und mit euch teilen, was uns so aufgefallen ist, was wir schön fanden, was nicht. Wir wollen über die Studiotouren reden, wir wollen über die öffentlichen Verkehrsmittel reden, über Freizeitpark, Universal Studios und noch vieles mehr. Aber das sind drei Dinge, die wir ansprechen wollen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir sind angekommen in Long Beach mit dem Mietwagen, haben den abgestellt und mussten dann erstmal 58 Kilometer hier zur Unterkunft fahren. Und das war immer noch Metropolregion Los Angeles und daran sieht man, wie weitläufig das hier ist. Das begleitet einen eben immer, wenn man in Los Angeles ist, weil man braucht für alles sehr, sehr lange. Man kann sich hier nicht drei, vier Dinge vornehmen, die irgendwie zu weit auseinander sind. Man schafft es einfach nicht, weil egal ob U-Bahn oder Auto, du brauchst sehr lange hier dafür. An der Stelle kann man direkt auch sagen, weil 2018, als ich L.A. so gegoogelt habe, öffentliche Verkehrsmittel, da wurde zerrissen. Von wegen besteht fast gar nicht. Aber es ist schon 2018 und auch jetzt wieder, wir finden das öffentliche Verkehrsnetz eigentlich richtig gut. Du hast die Metro, also die Metro-Busse und die U-Bahn, sag ich jetzt einfach mal. Und halt noch ganz viele andere Busanbieter. Und du kommst eigentlich überall hin. Klar, man braucht lange, aber das liegt einfach daran, dass Los Angeles wahnsinnig lang gezogen ist. Aber es ist voll praktisch. Und wir haben jetzt für sieben Tage, so eine sieben Tageskarte Metro. Und Metro ist hier sehr weit ausgebreitet. Genau, also Metro ist der größte Anbieter. Genau, du brauchst, es gibt noch L.A., also es gibt verschiedene, da kommst du dann noch zum Beispiel zum Observatorium. Also da muss man gucken, aber wir haben für die sieben Tageskarte 25 Dollar gezahlt. Zweit. Also zwei Tickets haben 25 Dollar gezahlt. Stimmt, es war nochmal sogar reduziert, ja. Ja, also und da kann man Bus und die U-Bahn fahren. Das ist also wirklich öffentlich eigentlich richtig gut. Und man muss sich das so vorstellen, das ist ein sehr, sehr einfaches U-Bahn-Netz. Es gibt relativ wenig Linien, nicht wie man das aus New York oder so kennt, das ist ja relativ komplex. Hier gibt es relativ wenige Linien, die sich alle in der Mitte treffen. Und das Problem ist, dass zwischen den Linien einfach sehr viel Platz nur ist. Und diese Zwischenräume werden durch die Busse praktisch gefüllt. Und so kommt man eigentlich überall hin. Die bauen aktuell auch noch eine U-Bahn-Linie, schon seit Jahren, die haben sie damals schon gebaut. Ich glaube, das ist, ja, Bauzeit irgendwie zehn Jahre oder was, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, die soll nächstes Jahr eröffnet werden. Und die deckt dann eben nochmal einen anderen Bereich ab. Kann man super gut machen. Wir können da, wir haben ja gar nicht einmal U-Bahn, du musstest doch, du musstest einmal U-Bahn nehmen, weil irgendwie was ausgefallen ist. Um nochmal zurückzukommen, wir sind von Long Beach dann zu unserer Unterkunft, circa zwei Stunden. Die Unterkunft ist mega, das ist Airbnb. Wir haben einen kleinen privaten Bereich, ein Schlafzimmer und ein privates Bad. Und die Küche kann man gemeinsam nutzen. Und den Außenbereich, der voll cool ist mit Pool, Liegemöglichkeiten, also richtig zu empfehlen. Und die Unterkunft liegt auch nah an Bushaltestellen und an der U-Bahn-Linie und hat auch Einkaufsmöglichkeiten. Genau, wir sind praktisch hinter dem Hollywood-Sein, also man muss sich das vorstellen, North Hollywood, genau. Das ist so das Valley, das ist hinter dieser kleinen Hügelkette, wo dann das Hollywood-Sein ist. Und wir sind relativ nah an den ganzen Filmstudios und so. Wir fahren zum Beispiel auch nur eine Station in die Universal Studios und kamen von hier aus relativ einfach auch zu Warner zum Beispiel. Das ist in Burbank. Also wer das viel vorhat, wer irgendwie wegen dem ganzen Filmding hier ist, für den lohnt es sich, in North Hollywood zu sein oder eben in Burbank selbst. Auf jeden Fall. Kann man da schon mal so ein bisschen gucken, dass man da nicht allzu lange immer zu den Stellen fahren muss, die einen interessieren. Also was, das muss man wirklich sagen, das Coole an Los Angeles ist einfach dieses, die stehen einfach auf Filmen. Du siehst ja überall Werbung für sämtliche Filme. Du hast wie Felix schon diese ganzen Studios und wo wir auch einiges gemacht haben, Felix noch mehr als ich. Wir waren in den Warner Studios und das war richtig, richtig cool. Du hast erst mal so eine geführte Tour, wo du in so einem Go-Kart, sag ich mal, sitzt mit einer kleinen Gruppe. Und da fährt dich dann zu verschiedenen Gebäuden innerhalb dieses Studio-Geländes. Du hast Soundstages etc. erzählt dir Dinge, du kannst Fotos machen. Was ist Warner nochmal dazu? Warner ist zum Beispiel Herr der Ringe, Harry Potter. Genau, halt diese großen Fans. Große Sachen. Auch dieses ganze DC-Ding, Gilmore Girls. Also ganz, ganz verschiedene Fernseh- und Filmsachen. Wirklich große Dinge, auch bei Warner. Und die machen auf diesem Gelände auch die ganzen Videospiele und so. Also das ist nicht nur Film, sondern es ist natürlich ein funktionierendes Gelände mittlerweile noch für Unterhaltung in jeglicher Art. Und das macht es spannend. Es wird natürlich auch noch da gedreht. Deswegen gucken die immer auch, dass man da jetzt nicht an jeder offenen Tür da irgendwie vorbeifährt und da... Reinspicken kann. Und da achten die schon ein bisschen drauf. Der Bereich, wo man da größtenteils rumfährt, der ist auch nicht mehr ganz so häufig genutzt. Also man macht mittlerweile einfach sehr, sehr viel in den Soundstages, durch Greenscreen etc. Von daher ist man so ein bisschen in der Touristenblase während der Tour. Ist trotzdem interessant, weil da ganz viele kleine Informationen bringt und so. So und dann kommt man von dieser Tour in so einen Ausstellungsbereich. Der ist auch nochmal ganz cool. Der ist auch teilweise interaktiv. Man bekommt nochmal gezeigt, wie funktioniert das denn alles mit dem Drehbuch. Und dann geht es auch viel um Sound. Sound, okay. Ja, das ist sehr, sehr interessant gewesen. Gerade für Leute, die glaube ich noch nie davon was gehört haben. Es ist echt so, öffnet das so die Augen, wenn man mal sieht, okay, wie klingt denn eine Szene ohne die Soundeffekts? Und wie klingt das ohne Soundtrack? Und das ist, was da alles so zusammenkommt, ist einfach unfassbar komplex und interessant. Bleiben wir mal bei den Studiotouren. Ich habe einen Tag später dann die Sony-Studiotour gemacht. Ganz kurz nach, nach dem Sound, den kommt man nochmal in einen anderen Bereich und da ist es dann nochmal, hast du einmal DC, hast du The Dark Knight, Batman, wo du die Batmobile und sowas siehst und nochmal einen kleinen Harry Potter Bereich. Das stimmt. Das ist auch richtig, umso ein bisschen interaktiv wie dann natürlich, also richtig, richtig cool. Und der Shop ist mega, also dieser Wonder, wo du verschiedene kleine Sachen kaufen kannst, richtig cool. Ja, genau. So, die Sony-Tour ist so ein bisschen was für, eher was für Film-Nerds, würde ich jetzt mal sagen. Es ist so ein bisschen rustikaler, sagen wir mal. Das ist, also es gibt auch Ausstellungsräume und so und es ist aber eine Walking-Tour, also man läuft viel rum. Man hat aber wirklich das Gefühl, mehr Einblick zu bekommen ins wirkliche Studio-Leben. Also man geht durch dieses Studio durch und da sind auch ganze Produzenten, die da sitzen und sich irgendwie mit ihren Laptops da unterhalten und so. Also man ist schon im Studio selbst und das ist interessant an der Sony-Studiotour, das stört die da nicht so großartig. Und der Guide meinte auch, vor ein paar Tagen hätte irgendwie Tom Holland da gestanden, fast niemand erkannt, weil er irgendwie die normalen Klamotten anhatte. Oder Quentin Tarantino, der mal einen Kaffee trinkt und so. Also da gab es schon so Momente. Das gibt es in den anderen Studios weniger. Also bei Warner wurde gesagt, man sieht eigentlich gar keine Stars. Die Leute probieren es trotzdem in der Woche dahin zu fahren. Das sollte jetzt nicht das sein, weshalb man so eine Studio-Tour macht. Und bei Universal sieht man erst recht niemanden. Aber das ist so interessant gewesen, man bekommt nochmal viel mehr Informationen bei Sony. Also es geht nochmal sehr viel tiefer rein in die ganze Materie. Und fand ich auch mega cool. Kostenmäßig ist beides identisch. Um die 50 Dollar ungefähr lohnt sich beides, wenn man hier ist und sich für Filme interessiert. Und dann waren wir noch in der Academy Museum, also im Oscar-Museum. Academy Museum of Motion Pictures heißt es, glaube ich. Das fand ich ein bisschen schwierig. Es gab coole Momente. Gerade so die Oscar-Geschichte und die ganzen Filme. Man muss halt sagen, es wiederholt sich alles einfach ein bisschen, wenn man in verschiedenen Studio-Tours war, über den Prozess schon Dinge gehört hat und dann wird das eben nochmal wiederholen. Also der Inhalt ist meistens relativ ähnlich. So von wegen, okay, das Skript, das Casting, dann am Ende die Post-Production. Das Schnitt, Baba, also du kriegst alles so ein bisschen erzählt. Aber das hast du dann schon mal gehört, wenn du in der Studio-Tour warst. Oh Gott, und das klingt so richtig dumm. Es war halt nicht auch nicht so viel, eigentlich fast gar nicht interaktiv. Was man eigentlich hier in den Museen, wo wir waren, war es überwiegend immer nur interaktiv. Gerade weil das Motion Picture Museum auch relativ neu ist oder relativ modern. Es war schon cool inszeniert auch teilweise. Es wirkte eher so wie so ein Kunstmuseum für Filme. So kann man sich das vorstellen. Man muss mal sagen, wir haben irgendwie diese, wir waren jetzt fünf Nächte, haben wir hier in Los Angeles nochmal gehabt. Sechs Nächte. Wir haben irgendwie sehr, sehr wenig geschafft, komischerweise. Aber wir waren, wir haben diese Studio-Tour, dann waren wir noch in, weil ich es unbedingt wollte, nochmal Santa Monica Pier. Das nutze ich auch immer. Da ist man natürlich, wenn man in North Hollywood wohnt, da fährt man ein ganz schönes Stück. Das sind zwei Stunden. Das sind zwei Stunden, ja. Obwohl du nur mit zwei U-Bahnen fährst, dann bist du trotzdem zwei Stunden. Aber ich weiß nicht, jetzt immer, wir hatten es glaube ich auch schon mal gesagt in einem dazugehörigen Video. Es ist, ich finde es immer eine kleine Reise wert, weil ich meine, das ist wirklich so Touri-Hotput. Das war auch richtig, richtig viel los. Aber es ist irgendwie, es ist irgendwie auch immer schön. Du hast die Musik, du hast viele Menschen, du hast ja diesen kleinen Freizeitpark, wo die coolen Sachen geschlossen waren, weil es zu windig war. Aber das ist halt einfach irgendwie immer mal ganz nett. Und aus Zeit, wir wollten eigentlich noch nach Venice laufen, das ist ja nicht so weit entfernt. Aber es haben wir dann aus Zeitgründen nichts geschafft. Ich finde das Schöne an Los Angeles ist einfach, dass du kannst, wenn du keine Lust auf Menschen hast, geht es wunderbar, weil nicht so viel Platz ist. Kommt halt immer darauf an, wo du hinfährst. Und wenn du wirklich an die Touristen-Hotspots, da hast du halt super viele Menschen. Also du kannst für dich entscheiden, okay, was will ich heute? Will ich mehr Betrieb, will ich weniger? Und da kommen wir nämlich, wir hatten eigentlich so eine richtige Food-Tour geplant, was wir dann ein bisschen verworfen haben. Aber wir haben... Wir werden geplatzt am Ende, ganz ehrlich. Wir haben aber so, aber dadurch, durch so Sachen, wir müssen ja nicht erwähnen, dass wir uns vegan ernähren, deswegen waren es nur vegane Läden. Aber dadurch sind wir ja auch nochmal an Stellen gekommen, wo man sonst nicht hingekommen wäre. Wir sind nämlich das What I Needed, irgendwie so heißt es in der veganen Bäckerei, Kaffee mit, also die machen alles. Und das war in einem Viertel, da wären wir nie hingekommen. Das war dann am L.A. River, da war auch so ein Park, da konnte man dann entlanglaufen. Da haben Leute irgendwie nach Unterschriften gesammelt, um Fahrradwege in Los Angeles mehr zu verbreiten. Und das war irgendwie richtig cool. Und auch generell irgendwie einfach mal mehr zu laufen, das ist auch vielleicht der Vorteil, wenn man Bus und Bahn nutzt. Wir waren ja in den Monobos Studios und dann wollten wir, wie gesagt, nach, da waren wir zur Santa Monica danach, im Bus, weil es waren drei, über drei Kilometer zu laufen zur U-Bahn-Station, wo wir hin mussten. Wir wollten nicht den Bus nehmen, aber der hätte noch, der nächste wäre erst in eine Stunde gekommen und dann haben wir gedacht, okay, wir laufen. Dann sind wir durch Burbank, durch Toluca Lake und Toluca Lake ist so, also da, wo wir waren, es war so cool, so ein schönes Viertel mit den süßen Geschäften und es sah alles so einfach richtig schön aus, so sehr gepflegt. Und es ist natürlich wie immer so, so kleine Scheinwelten von schön zu hässlich geht es hier relativ schnell. Du denkst, du bist in einem reichen Viertel oder in einem gut betuchten Viertel und dann bist du eine Straße weiter, eine Seitenstraße weiter und du denkst dir wieder, du bist mitten in so einem Hauptbahnhof mäßig. Aber so Toluca Lake, richtig, richtig schön. Und das kriegt man halt, wenn man irgendwie einfach mal läuft oder tatsächlich auch Bus fährt. Wir lieben es ja ein, oder wir machen das so auf der Reise die ganze Zeit. Wir fahren viel Bus, wir fahren viel U-Bahn und ich bin weiterhin, auch nach diesen drei Monaten, auch wenn ich manchmal so, oder wenn wir ein bisschen Zeit verlieren damit, auch wenn wir mal warten müssen oder was ausfällt. Das ist total egal, ich würde das nicht missen wollen. Erstens, ich kann rumgucken, zweitens, ich kriege irgendwas mit in der U-Bahn selbst, im Bus mit, ich kriege was Reales mit. Es ist einfach immer, es bringt einen an Orte, die man irgendwie sonst nicht gesehen hätte. Also für mich gibt es nichts Besseres, als mit Bus und U-Bahn unterwegs zu sein. Und gerade in Los Angeles, gerade wenn es warm ist, was soll das? Natürlich sieht man, das muss man nicht erwähnen, man sieht hier viel psychisch kranke Menschen in den U-Bahn, man sieht hier Drogenkonsum, je mehr man läuft, desto mehr sieht man davon. Aber es ist ja auch, macht ja auch keinen Sinn, ständig nur mit U-Bahn oder mit dem eigenen Auto zu fahren und sich dann irgendwie so davon fernzuhalten. Das schafft man sowieso nicht. Man wird konfrontiert damit, man sieht das. Und in der U-Bahn halt teilweise nochmal häufiger. Wir sind einmal gefahren, da war auf einer Fahrt war irgendwie alles dabei. Also da kam einer mit der Gitarre rein, hat da geklimpert, hat vorher seinen Song irgendwie aufgenommen, der nur aus Schimpfwörtern bestand und es klang einfach extrem. Weil es auch so geflüstert hat, also ganz dry. Ja, und dann einer saß mal vor uns, ganz nah an uns und hat so seine Chips gegessen, geschmatzt dabei, hat dann ständig gehustet und hat ständig mit uns reden wollen irgendwie. Also man bekommt so, man hat so Erfahrungen. Das ist halt irgendwie, ein Teil von Amerika klingt jetzt irgendwie so krass, aber das gehört halt nun mal dazu. Sollte nicht dazugehören, aber Armut ist überall. Du hast hier halt auch wirklich diese Zelt, also ich habe noch nie so häufig diese, wirklich diese Zeltstätte, nennt man das so, oder Zeltlager gesehen, auch an so komischen Stellen irgendwie richtig krass. Und dann läufst du da jeden Tag, oder wenn wir zum Supermarkt laufen, in unserer Unterkunft ja, das ist immer dieselbe Strecke und da hat einfach ein Mann an der Bushaltestelle sein Hauptquartier, nenne ich es jetzt einfach mal, aufgeschaut. Du läufst da, wir sind da jeden Tag dran vorbeigelaufen. Das ist irgendwie so ein strangest Gefühl. Und er sitzt wie in so einem Sessel da und hat so seine Koffer neben sich. Das ist wie so eine große Masse an Stoff und Mensch. Und irgendwie, was heißt man gewöhnt sich daran, was ist so seltsam, weil du läufst jeden Tag daran vorbei, mittlerweile, der kennt uns ja dann auch vom Sehen her und irgendwie ein seltsames Gefühl, jedes Mal da so vorbeizulaufen. Einmal haben wir gesehen, wie ein Zelt abgebaut wurde. Da waren dann so ein paar offizielle Leute mit so Warnwesten und die haben dann ein Zelt praktisch vom Bürgersteig entfernt. Ich habe mal gesehen, wie ein Hygienewagen da stand mit Duschen und so. Und das wird, glaube ich, auch irgendwie angeboten. Und ich habe zwei Werbungen gesehen bei YouTube jetzt gerade. Ich glaube, es ging um die Bürgermeisterwahl. Auf jeden Fall wurde da versprochen, den State of Emergency auszurufen. Das würde der Stadt nochmal andere Möglichkeiten geben, dieses Problem anzugehen. Also es geht sehr stark um, die Straßen sollen sicherer werden, die Straßen sollen sauberer werden, etc. Also man will dieses, das wird als Problem angesehen. Ich hoffe nur, dass auch die Ursachen bekämpft werden und eben nicht nur die Symptome. Also ich habe manchmal das Gefühl, es soll halt wieder vorzeigbarer werden hier. Und dafür müsste aber viel passieren. Dafür muss viel Wohnraum geschaffen werden. Das ist, denke ich, Punkt eins. Und die Sozialleistungen müssen verbessert werden für diese Menschen. Sonst hat man damit wahrscheinlich wenig Chance. Aber das waren zumindest auch Sachen, die er in seiner Werbekampagne da versprochen hat. Ich weiß nicht, ob das noch möglich ist, weil es sieht so aus, als ist das hier ziemlich drin. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das in zehn Jahren besser sein soll. Man hat so ein bisschen San Francisco und Los Angeles schon. Gefühlt verstärkt sich diese Schere. Das merken wir auch bei uns. Die Schere zwischen Arm und Reich wird größer und das verschärft diese Probleme. Wir wissen nicht, wie sie es entwickelt. Vielleicht gibt es gute Politiker, vielleicht gibt es gute Ansätze, die irgendwas verändern. Das wäre ja schön, auf jeden Fall. Aber es ist nun mal Teil dieser Stadt. Wir waren noch mal kurz, weil wir halt in der Nähe waren, noch mal am Hollywood Walk of Fame. Ich kann, ich meine, wir haben es beim 2018, das war das erste Mal hier, haben wir es auch gemacht. Es ist cool, einfach mal kurz drüber zu laufen, aber ich finde es so schön da. Du hast diese, gut, du hast diese Sterne, aber läufst du halt drauf rum und sieht auch alles richtig verranzt aus, weil du hast, das haben wir auch schon gesagt, diese komplette Straße besteht aus kleinen Souvenir-Shops, manchmal noch gepaart mit so Erotik-Sachen. Zwischendrin hast du dann die Obdachlosen oder Menschen, die dich halt nach allen möglichen Gras, Geld, alles mögliche fragen. Das sieht ja einfach alles richtig, richtig, wirklich richtig schäbig aus. Dass da das Genie-Theater ist und so, kannst du dir gar nicht vorstellen. Und auch wieder, wie 2018, wir sind wieder zu den, was heißt wieder, 2018 waren wir nicht zu den Oscars da, aber hier sind bald die Oscars, dementsprechend ist wieder dieser ganze Platz, vor dem Schein-Theater. Nee, vor dem Kodak-Theater oder Dolby-Theater, ich weiß nicht genau. Aber weil es ist eine ganze Baustelle in der Art, dass die da irgendwas aufbauen, deswegen ist diese Straße auch gespürt, du hast dann diese dünnen, nur diese dünnen Bürgersteigen und dann quälschst du dich da durch und hast du da diese Touranbieter, die dir, hier, willst du nicht in den Busturm, hier, ah, ah. Ja, du bist nur angequatscht und, also, wenn man da hin will, ganz kurz. Ja, ich fand's gut, dieses Mal haben wir sehr viel mehr Richtung Film gemacht, haben uns da mehr angeguckt und waren eher so in dieser Blase unterwegs, weil wir eben schon mal hier waren. Wir haben dieses Mal auch kein Griffith Observatory gemacht, das lohnt sich aber eigentlich auch, es ist abends schon sehr, sehr schön da. Was haben wir diesmal auch nicht gemacht? Gibt's da irgendwas? Ja, wir waren halt nicht. Das National History Museum haben wir das letzte Mal gemacht, Venice haben wir gemacht. Also wir haben eben diesmal, ich weiß, wie du schon gesagt hast, wir haben dieses Mal jetzt nicht ganz so viel geschafft, aber es hat sich trotzdem gelohnt. Wir sind hier rumgelaufen, es war, wir waren auch wirklich lang unterwegs, wir sind manchmal morgens los und abends. Morgens acht oder neun. Ja, und dann kommst du heim und kannst gar nicht so wirklich sagen, was du gemacht hast. Aber das ist ein gutes Zeichen für eine Stadt, weil das heißt, dass man irgendwie, man ist unterwegs und die Zeit verfliegt. Boah, ich muss auch sagen, wir haben jetzt viele Städte gesehen, hier in den USA. Ich meine, wir waren nicht in Boston, San Diego war ich noch nicht. Es gibt noch genug Anstädte, aber bis jetzt ist ich, Los Angeles ist irgendwie einer meiner Lieblingsstädte. Ich kann, ich hatte schon mal das, wir haben es schon mal unterhalten, ich kann das gar nicht beschreiben, wieso. Aber ich mag, ich mag erstens die Lage, diese Lage zum Meer. Dann das, das Wetter, dass du, wenn du Dezember, Januar irgendwie, dass du trotzdem schönes Wetter hast. Also eine angenehme Wärme zu müssen, um wirklich so eine Stadterkundungstour zu machen. Es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt. Ich finde es einfach, ich finde es einfach toll hier. Was ich immer mag an der Stadt, ist, dass das praktisch eine Hauptstadt für Kreative ist. Also hier wird extrem viel produziert. Und hier siehst du interessante Menschen. Hier wird einfach viel kreativ gearbeitet auch. Und das haben die wenigsten anderen Städte. Wo gibt es diese großen Studios, die unsere Popkultur prägen die ganze Zeit? Das hast du nur hier. Und diese Menschen wohnen alle hier. Und das macht es interessant. Und das macht gerade auch Viertel wie Toluca Lake und Burbank und so interessant. Weil viele Filmschaffende, viele Kreative leben eben relativ nah an den Studios. Damit der Weg nicht ganz so weit ist, macht ja auch Sinn. Und das spürt man einfach in Los Angeles. Und das ist irgendwie schön. Und man muss auch sagen, jetzt für Veganer, Los Angeles ist auch so krass, was das angeht. Das hat so viele Optionen. Einfach richtig. Ich fühle mich hier einfach wohl. Also, nee, in der U-Bahn fühle ich mich echt nicht immer wohl. Also das ist teilweise, ich, boah, das schaudert mich. Aber so prinzipiell vom Flair. Strand, du hast die Filme, du hast das Wetter. Die Leute sind, du, das hast du ganz oft in Amerika, aber irgendwie unfassbar nett. Und, nee, ich, ich, ich lieb's hier wirklich. Also das ist so, auch vielleicht so ein bisschen so eine Scheinwelt. Aber wo ist das nicht so? Ja, auch ich. Ach, und dann hast du natürlich unser vorletzter Tag gestern. Die Universal Studios. Das war ja so, Felix hat mir das jetzt zum Geburtstag geschenkt. Ein Highlight, weil das war wirklich ein Tag. Das war wirklich wie so eine Scheinwelt. Du hast dir keine Gedanken gemacht. Du warst einfach permanent glücklich. Oder wir waren permanent glücklich, weil der Park ist so, so, so toll. Die Leute sind cool. Das ist alles irgendwie unkompliziert. Man wartet nicht so lange. Das Video dazu kommt ja noch raus. Aber es ist einfach, er ist so komprimiert. Es ist nicht viel. Du schaffst alles an einem Tag. Obwohl wirklich, ich glaube, es war wirklich gut besucht. Ich weiß nicht, wie es vielleicht im Sommer nochmal ist. Keine Ahnung. Aber die Wartezeiten sind voll legitim. Du hast diese zwei Level. Du hast das eine Level unten. Also du kannst das so nacheinander machen. Du kannst sagen, okay, wir machen jetzt erst den Bereich. Und dann gehen wir hoch und dann machen wir zwischendrin die Studiotour. Wir machen da die Show. Und wir haben wirklich alles geschafft, was wir wollten. Bis auf Pets. Ja, wir waren einfach total zufrieden. Und das ist das, was ja eigentlich so sein soll. So einen Freizeitpark machen soll. Wenn man am Ende sagt, wow, das war einfach ein guter Realitätsverlust. Irgendwie so eine coole virtuelle Welt, in der man da war einen Tag lang. Wow. Dann hat der Park seinen Zweck erfüllt. Hat Spaß gemacht. Wir können es jetzt nicht mit Disney hier in Anaheim vergleichen. Das ist ja auch ein komprimierter Disney-Park sozusagen. Die größeren Sachen in Orlando sind ja bei Universal und bei Disney immer in mehrere Parks aufgeteilt. Aber ich mag das hier einfach. Ich will da einen Tag verbringen. Ich will alles machen können. Und ich will einfach dann abends zufrieden sein. Und ich will nicht dann tagelang in Freizeitparks verbringen. Man muss auch sagen, wie, ach, das sagen wir auch in dem Video, aber dieses, wenn man nochmal irgendwie Disney im Vergleich nimmt. Du hast an manchen Attraktionen im Universal, du hast diese Locker-Systeme, wo du es zwei Stunden dann kostenlos mieten kannst. Du kannst deinen Bums da reinschmeißen und dann zur Attraktion schnell gehen. Das ist ein geiles System. Das stimmt. Und das ist ein guter Abschluss für Los Angeles. Wir machen ein großes abschließendes Video oder zumindest plane ich das. Und wir werden es auch machen, wenn wir dann zu Hause sind. Da nochmal so ein paar allgemeinere Gedanken zu so einer langen Reise auch. Dann blende ich auch immer mal Szenen ein und so. Man muss doch sagen, wir werden ganz oft gefragt, wie sich's unser Host hier meint. So, ihr werdet bestimmt richtig froh sein, eurem eigenen Bett zu schlafen. Und wir haben es schon jetzt irgendwie ganz oft gesagt, dieses typische, wir freuen uns irgendwie auf unsere Routinen. Auf doch auch mal Familie und Freunde wieder zu sehen. Auf eigene Bereiche auch wieder. Genau, aber natürlich ist es zu Hause, es bedeutet halt auch wieder Alltag. Alltag muss nicht unbedingt schlecht sein, aber es ist doch irgendwie, es ist einfach erfrischend. Und man bleibt wirklich, wie sagt Andreas Altmann immer, weltoffen. Wenn man so viele verschiedene Dinge auf sich nehmen kann, Situationen, Erfahrungen. Und die Vorstellung, dass das letzte Mal sein soll, das wäre sau doof einfach, ne? Die Vorstellung gibt's überhaupt nicht. Ja. Also für mich nicht. Gut, damit L.A. lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eine schöne Stadt, hat einen ganz eigenen Flair und ist komplett was anderes. Und ich, ich, es tut mir leid, aber dieses Florida-Gebäsche, das muss irgendwie sein. Wenn ich, bitte, Miami und Florida generell, das kann einfach in keiner Weise das kompensieren, was hier geboten wird. Das ist einfach viel, viel schöner in Kalifornien. So, macht's gut.